Ich bin der Schaban, ich bin 26 Jahre alt und mache eine Zweiradmechatronika-Ausbildung bei DOC. Ich bin im dritten Lehrjahr und mache momentan eigentlich so ziemlich alles was zur Werkstatt gehört, das heißt Service, Reparatur und Annahme. Ich habe gelernt mich in die Lage eines Menschen zu versetzen und mit ihm gemeinsam auf einen Nenner zu kommen und letztendlich den Kunden wieder glücklich zu stellen. Ich bin noch affiner geworden was Fahrräder angeht und jetzt habe ich tagtäglich damit zu tun und habe Leute um mich herum, die genauso empfinden wie ich. Also meine vorgesetzten Kollegen um mich herum sind wirklich sehr fürsorglich, sie versuchen immer einem zu helfen wo es nur geht und wir sind halt auch schon auf einer ich sag mal privaten Ebene, da wir uns halt auch alle untereinander in der Company duzen und das gibt schon einem das Gefühl von zu Hause zu sein und wenn ich dann mal was falsch gemacht habe, dann bekommt man das erklärt und versucht gemeinsam daran zu arbeiten um sich halt weiterzuentwickeln und das finde ich gut. Also mich macht das Gefühl stolz, weil ich schon seit der Kindheit dann halt an Fahrrädern hänge und sie auch liebe und bewundere und jetzt bin ich irgendwo auch so weit, dass ich mir selber helfen kann, dass ich auch selber meine Reparation durchführen kann und oder auch halt Leute beraten und ihnen helfen kann und das macht mich natürlich stolz.